Da sind wir wieder. Oh, sind wir am Stegerlieben? Ah, sind wir in der Keilerhöhle, ne? Ja. Ich hab gemerkt, die ich ja sind stark. Aber... nichts was uns auffällt. Guck einfach mal. Oh, shit. Ah, wie er ist er hart. Die Kämpfe sind ein bisschen zu wild hier. Gefährlichkeit. Hm. Hm. Echt widerlich, muss ich sagen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Jawohl. Dann ist der weg. Ja. Und... Schwierig, 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 schwierig. Bruch. Hm. Vega müsste sich einsetzen. Normalerweise, ja, macht's auch. Mischen. Großer Menge. Hm. Schädlicher Samen. Giftwurzel. Denken das auf alle. Das sind die beiden, ne? Ich kann den vergiften. Aber der ist weiterhin. Im Bruch. Oh, 738, alter. Ja, die ist halt ein niedriges Level, ne? Das ist das Problem. Oh, ich kann mich schwert angreifen. Ähm... Zweimal macht er, ne? Der ist sehr im Bruch. Ich muss den aber im Bruch setzen. Der ist als nächstes dran, ne? Ah, okay. Ich müsste den im Bruch setzen. Den könnte ich fangen. Hm. Und kriegen wir. Ist mir entkommen. Ach, du Scheiße. Hm. Komm, nicht so wie erwartet. Oh, Gott. Wo, 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 wo. Sehr geil. Sehr geil. Jawohl. Hm. Mission. Großer Menge. Traumessenz. So, nehm ich. Warte doch. Schwertchen. Hm. Hm. der ist schon ordentlich kassiert verbrennung müsste ich dem einen antun die kaffeeigkeiten ja den der ist noch nicht so extrem verletzt wie der andere der kacke hier ab höchstwahrscheinlich vorbei du bist jetzt lange am sterben ui guck mal geil hei 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 der müsste bald tot sein zeig doch zeig doch auch noch im bruch eine chance stein gute level 28 28 ja da ist primrose gleich level 14 und hand fast fehlt ihr noch empfehlen noch zwei kämpfe hinter kann man so lassen 4000 gilt scheiße es scheint da rum oh gott oh gott was ist das denn das gefällt mir gar nicht mission mhm 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 auch du scheiße jetzt bin ich mal gespannt wie die damage die machen ich glaube das wird nicht nett 117 fäger sogar reingekloppt mhm 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 halt rüber mhm okay jetzt ist die so red ich habe mit prim kann man hoffen mhm 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 sagen wir mal was macht die fäger wir sind das einzige was hilft mhm mhm ne mhm 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 ich glaube ich schon gemacht scheiße so langsam sterben kommen ich weiß wie viel das bringt 418 heilung ui 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 def und nahkampfschaden der physische schaden runter ok die sind schwach so stark sind die gar nicht ja ok die gehen wenn die über 100 ep bringen das wäre natürlich auch geil 110 alle den level ich ja easy peasy ich fahre ich da gar nicht weiter zu gehen so ich gehe da viel zu weit viel zu krass nach oben ich gehe mal hier nach rechts eulen ok hola und 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 Au, au, au. Ist jetzt nicht so effektiv. Obwohl das eine Schwäche ist. Ja, da muss ich mit Anstrengung machen. Wirkt er. Was mache ich denn am besten? Brauch ich nicht. Die Keile habe ich gar nicht gefangen, ne? Giftschlag, Lanze. 437, okay. Das war wild. Mission. So. Ach, scheiße. Falsche. Was wollte ich denn doch den Jäger holen? Ja, das ist satt. Ich kann nichts machen. Boah, der ist aber nicht tot, ne? Ist nicht tot zu kriegen. Guckt den Verführer in den Kampf. Geht nicht, oder was? Das ist scheiße. Mein Gott, wie viel Leben haben die denn? 50% fangen. Ach du Scheiße. Oh, jetzt ist die da hingerafft. Gift. Hat ordentlich reingekloppt. Gut. Hm. Achso, die hat schon gerufen. Deswegen. Geht nicht. Ja. Geht besser. Ja. Ist nicht einfach in diesem Bunker hier. Mhm. Das war's für mich. Das war das Arschgesicht. Der müsste quasi tot sein. Hat der schnell gestorben. Ach krass. Jetzt aber weg. Meine Güte. Das war ist aber ein Kampf. Geil. 167 EP. Ach du Scheiße. Krass. Ist schon ordentlich. Das ist merkbar. Kriegslanze. Ui. Kann ich gar keinem ausrüsten. Ah. Kann nicht niemandem ausrüsten. Das ist der Scheiße. Was? Die Scheiße. Ich weiß ja. Okay. Okay. Das war's für heute. Steu! 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 Zack! Ja nicht wieder was im Bruch gesitzen und dann sogar ich tot. Steu! Saito! 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 Ach mit Cases, okay. Haut wenigstens schon mal ab. Gutes Zeichen. Saito! 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 immer gut oh mein gott Thomas Dau ist tötet immer noch nicht gefangen das ärgert mich so hart so speichern wir mal kurz ganz kurz ne ist ein guter plan ich kann nicht mehr so schwer also die Eulen sind ziehen sich die mobeltierchen scheißegal die sind gefährlich ja aber die handbauen nur sehr lange zu bruch aber schön ihr schwer dadurch hier feuer passt sehr gute anforderungen der gute deswegen jetzt alle im bruch damit geht nicht eis vergiften erste hilfe weil wir keine versoren einen so die zwei dürfen angreifen mein gott nächster teil so die geben sehr so gute ep so mein gott mal wie die weg kloppt linde 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 du bist auf jeden fall echt geiles kitzchen die macht der mensch der abzug da mal da kann ich heilen dass die restlichen kunkler der es kommt einfach klar so kommen da ist ja gar nichts nur in truhe da oben auch schon wieder der keiler mit den drei rädchen mobilieren ähm tja ninde macht feger ne ninde macht hier schön feger die besfertigkeit ein schwert leider nichts denn es nichts passendes handelt es glaube ich fast level ab ne weil dann kann ich hier pfeil hagel machen sehr geil sehr geil du bist sehr geil 600 übertreibt doch nicht weil du musst direkt übertreiben oder aschgericht vom fang jawohl hier sind kaila mit fünfer stärker also bitte kann mich hingehen lassen killer käfer aufrufbereitschaft guck mal rollschädel macht gift schlag ne ja noch der ausfall riesen kaila dreimal rufen ist nicht viel fatale armee ame so was kann die fälligkeiten scharf blau ja komm scheiß auf die oh hier sind elf in andere rufen scheiße was war Mananana Mananana Mh 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 Geländiger nicht Ah, der macht wahrscheinlich anspringen, so wie ich es mir gedacht habe, ja Ich mach das irgendwie immer Hm Zack, 600, Bubz, fertig Der macht die arme Prim Die arme, arme Prim Mh Mh Klatsch Klatsch, Junge, Klatsch Lass mich ja gleich fast durch wieder, keine Höhle Wir haben nichts mehr Hier zu holen Da war ne Truhe, da war ne Truhe Da unten war ne Truhe Hier rechts hoch, links ist ne Truhe Und nach oben ist der einzige weiterführende Weg Rufen Ach guck mal, Rotfuchs Alle noch nicht entdeckt Das heißt, die sind nicht schwach Höchstwahrscheinlich Höchstwahrscheinlich Guck mal Dolch hier Sehr gut Kann die Prim auf immer mitwirken Das ist natürlich perfekt, wenn die gehen Ah, shit Hm, mal gucken Ne, auch nicht scheiße Also Linde bringt auch nicht wirklich viel Außer die macht Feger Aber das ist Nur 50 50 Sache Ach, die halten ja gar nichts aus Dann sind die ja total Total unnötig die Viecher Was haben die denn? Stöcke 4, Linde Klaue Joa Joa Ist ok Ist ok Ah, wie ein Bögen Ok Er ist vergiftet Ok Ich mach akuten Damage Bis jetzt Wer Der ist weg Putz In der nächsten Welt überlebt er nicht Easy Elfen Ah ne Elfen ist fast Level ab gewesen Ok Hane, die braucht noch ein bisschen So Hier links ist eine Truhe Die hab ich schon Geradeaus ist nichts Rechts entlang Ist der einzige Weg der noch übrig bleibt Oh, schön Guck mal Objekte Was muss ich bei ihm machen? Ich kann ihm nichts geben Ah, ich bleibe klar Hm Hm Ich konnte halt nichts stehlen Schade Zufallsangriff Fliehen Es Protzt mich an Du Ich Ich Katze mich an tu Ich Ich Katze mich an Deswegen ist es so kühl hier. Das Fenster ist die ganze Zeit offen. Mach Fägerpuppe. Scheiße, ich hätte die alle in den Bucht bringen können. Scheiße. Zwei davon. Ich düspaddel. Ue, übertreib mal nicht. Hallo. Schwert. Warst du wohl nicht alle? Ein bisschen Wissen. Ich bringe hier mal einen Bruch, ey. Hackt's wohl bei denen. Geh weg, ey. Fägerfähigkeiten. Beleben. Geh weg, ey. Sieben. Ausfall Level 7. Den fange ich. Ja sicher. Guck mal. So. Das hat auch mächtiger Angriff. Ach krass, ey. Giftschlag. Richtige Reiszahn. Der hat ausfallen, ne? Ja. Jetzt zieht sich doch. Ach krass. Lele 7. Geh weg, ey. Den kann ich nicht mehr. Den Kiefer. Okay. Ja blöd, wenn ich. Mal Fertigkeiten. Habe ich da was? Oh, oh. Ja sogar 2.000 Punkte. Tschüss. Jetzt wird es langsam echt interessant mit der, ne? Lässt einen Gegner 2 Runden lang als letzten handeln. Mit einem Gegner schwerem Blitzschaden. So. Lässt einen Gegner 2 Runden lang als letzten handeln. Hat seine Vorteile. Momentan sehe ich da aber jetzt keine, kein, kein primären Fokus drauf, dass ich das unbedingt machen sollte. Das sind 6. So. Was hab ich denn da? Was hab ich denn da? Oh. Gewährt einem ausrüstenden Charakter eine Chance von 50% mit einem Standardangriff zweimal anzugreifen. Das ist geil. Das ist sehr geil. Guck mal. Jetzt ist der letzte Skill. Kann das sein, dass sich da noch was verändert? Guck mal. Ich kann ja noch 4 Stück auswählen. Ich kann ja noch 4 Stück ausrüsten. Aber, aber, wenn ich Fertigkeiten lerne. 7. Und dann ist auch vorbei. Hilfsfertigkeiten. Ich hab nur die 4. Hier. Kann die sich vielleicht noch, äh, entwickeln oder so'n Scheiß? Kann ja sein. Weiß ich nicht. Man hat dann auch 6. Oh mein Gott. Der 4 an den Verbündeten. Fingern hat die Stärke des physischen, des physischen Angescheidens Gegners 2 Runden lang. Das ist geil. Schön die Gegner runter kloppen. Wenn der nichts kann. Also wenn er keine Schwächen großartig ausnutzen kann. Kann er nichts damit. Richtig rein kloppen. Was hat er jetzt? Geil. Setzt der Ausrüst... Greift die einen Gegner mit einem nicht, dass sie auch angreift. Ah, ok. Die ist ja deswegen. Er greift ab und zu mal mit an. Davor so. Das Tempo. Setzt der Ausrüst einen Charakter, die auf Fertigkeit stehen oder sammeln ein. Also wenn ich glaube ihm. So wird die Beute verdoppelt. Ah. Schnapp, schnapp, zapp, 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 Junge. Du bist ein kleiner Verbrecher, alle. Du bist ein kleiner Verbrecher. Gesund und munter. Ey, ich hab mit dem... Oh, ich hab mit dem vergessen, was auszurüsten. Er hat FP in Höhe von 1% des Schadens, den ihr mit jedem erfolgreichen Schadangriff zufügt. Ach guck mal, der pumpst hier die ganze Zeit auf. Aber das hab ich jetzt vergessen. Er erhöht die Max-GP um 500. Wow. 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 Ja, da heißt es zwar. Einmal greift der Gegner mit der Axt an. Je niedriger eure Gesundheit, desto größer der Schaden. Ich hab dem Gegner schweren Schaden mit einer Axt zu. Amputation. Aber das kommt das sehr selten, weil er heiligt mich mit ihm. Also dann lieber Schaden mit der Axt. Gerade wenn jemand eine Schwäche hat, kann ich nicht schaden. So. Leiden widerstehen. Verbessert Widerstand gegen Gift, Schlaf, Verwirrung, Blindheit, Verstimmung, Todesangst, Unbewusstlosigkeit. Ist schon sehr OP. Ah, ich kann mit der Premier jetzt auch richtig viel lernen, ne? Ach du Scheiße. Guckt mal, wie viel ich hab. Ein bisschen Angriff... Okay. Fügt dem Gegner schweren Dunkelheitsschaden. Okay. Erweitert die elementaren Angriffe eines Verbündeten für zwei Runden. So. Edel Damage höher. Erweitert die physische Verteidigung eines Verbündeten für zwei Runden. Hm. Fügt allen Gegnern Dunkelheitsschaden zu. Ja. Erweitert das Tempo eines Verbündeten zwei Runden lang. Dafür werde ich seit Fertigkeit tritt ein einmaliger zufälliger Effekt auf. Das ist geil. Nehm ich. Okay. Ähm. Spügt allen. Wir werden Verbündeten. Verbündeten. Edel Damage erhöhen. Ich greife selten Edel an, weil ich habe noch kein E-Damage. So wirklich. Aber warte mal. Inventar ein Angriffe eines Verbündeten auf sich selber karsten und dann mit schaub mit. Jo? Wann nein. Ne. Tempo. Hier mit Tempo. Ich glaube das hilft mir um und dann etwas mehr. Also... Schadensverweiterungen, die ihr euren Verbündeten gewährt, halten eine weitere Runde an. Oh, nett. Wie hat man mit einem physischen Angriff anvisiert, besteht ein Stauungsform 50% auf einen Gegenangriff. Nett. Weil die kriegt ganz schön viel aufs Maul. Die ist sehr oft aufs Maul, gute Dame. Boah. Elfen hat eiskalt die Herbstherrung. Die Herbstherrung ist für die Gesundheit. Oh, guck mal. Silberaxt. Ich wusste gar nicht, dass ich einen habe. Genauigkeit. Krass. Ich habe die ganze... Oh, vieleser Stangangriff. Tagangriff. Genauigkeit. Nee. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit neu. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Hm. Ihm hätte ich die Axt geben sollen, ne? Aber scheiß drauf. Es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Okay. Ja, kleinen Bus haben wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Hm. Okay, jetzt passiert irgendwas. Hier passiert irgendwas. Ich weiß. Ich weiß. habe ich schon mal dunkelscham bei den versuch ich glaube nicht ich mach doch noch feger geil jetzt geht's gut stein stein und weg und warum machst du das denn da muss jetzt auch keiner verstehen oder oh wie wollte klack zack ist eh tot der ist eh tot ich hoffe ich war gut 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 sehr gut leveln 11 84 fp hat er mittlerweile lässt sich sehen das war's wie das war's keine oh mein gott jetzt kommen sie auch noch alter ganz zum schluss oh mein gott sie können sich schon noch zu gefecht setzen die schweine ah feger ist aber nur einmal das ist so beschissen die man mit bogen angreifen sollen aber ah durch die zähne nicht bei der tinster fähigkeiten ah fuck da wäre ein anmut beteiligung wird schwächer licht ergießt sich in kaskaden von oben ok oh die haben schatten damage mögen die gar nicht korrekt schatten schaden mögen die gar nicht das ist sehr sehr gut das ist sehr sehr gut mhm schade naja könnte besser sein eindeutig mhm mhm und naja geht ne stelle 2,70er damage mhm komm den muss ich belasten der ist nämlich fast tot wuuhh linde wild boah fu 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 hast du auch schwertangriffe ne ne bekommst du spaß olivenblüte zufallsangriff stabil tizza fähigkeiten macht oder das kann ich mit linde angreifen oh geil guck mal die kommen gar nicht zum angreifen so wirklich das ist sehr sehr gut easy easy jetzt mit flächendamage von primrose was flächendamage was unkirschaden angeht an linde inklusive mit dem schwert von therion gar kein problem keiler ah seht ihr wisst ihr bescheid mit was ihr da auf jeden Fall gut durchkommt ist easy easy maschee vergiften rein das kann kein problem alle drei sollen versauern staut nun mal normale angreifen bringt aber gar nichts also nicht viel giebts vielleicht tod sein ich glaub schon 800 ld punkte abgezogen Ja, jetzt sind die bestimmt tot Nein Hm, ok Oha, wie viel Leben Die haben mehr als 1000 Leben, glaube ich Aber wenn er das erst ausgehalten hat Ist das nicht schwierig Ist das Hilfe? Ja Nein, jetzt ist es aber platt Ja Ich würde sagen, viel kann er nicht mehr haben Jawohl, ja, ein Level Up 21 Korrekt Hier ist einfach gar nichts In der Keilerhöhle ist einfach gar nichts 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 Einfach gar nichts Ist das Ist das Ist doch Das war ein Scherz Das war ein Scherz Ich bin schockiert Oh, du willst Ich bin einfach schockiert Ich bin heftig schockiert Bin richtig übel schockiert Guck mal, durch Tempo schlüpfe ich nach vorne Ich bin einfach schockiert Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Ah, blitzempfindlich sind die Okay Okay Ich kann einfach nichts machen. Nichts. Furchtbar. Boah, ich wollte schon sagen, ich kann die doch nicht jetzt alle angreifen lassen. Ich kann einfach nichts machen. Das dreht mich so auf. Das fuckt mich so ab. Übel. Granatapfel-Sense. Okay. Oh, komm, komm, komm mitnehmen. Gibt's doch nicht. Stirb doch jetzt endlich mal. Machen wir mal eine kleine Menge. Große Menge. XP muss ich scheinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keimnisvolle Blüte. Was? Jetzt haben wir nichts geheilt hier. So scheiße. Boah, wie habe ich die vorhin gekillt? Wie habe ich die vorhin gekillt? Das war doch irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Also, ja, ich habe die, glaube ich, auch gerufen. Oder ihn. Hätte er mitgeholfen. Vorbei. Ehrlich. Wie soll das denn funktionieren? Unfassbar. Unfassbar. Komm, Linde. Linchen. Muss jetzt mal ein Ende verschaffen. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein langer Kampf. Gegen die Eulen ist echt scheiße. Ich habe Linde mit Anspringen, ja, gar keine Frage. Aber ansonsten habe ich nur eine Hane mit ihrem Bogen. Und Blitz ist richtig benert. Willst du es wirklich? Nein. Lass gerade nicht viel rein. Müsste so langsam weg sein. Komm. Ja, und Elfie. Du sollst mal Gift verteilen. Ist ja Katastrophe. Kannst du keine zwei Minuten angucken, den Scheiß. 65 hat Damage mit Blitz. Oh, ich werde bescheuert, ey. Geht doch. Ich kann die Null in den Bruch versetzen. Ich nehme den Platz nicht so schnell. Bitte. Ja. Weil ich die Scheiße gerufen habe. Das war meine einzige kleine Hilfe. Meine kleine Hilfestellung. Den vergib dich, den kleinen Wichser. Weil der Hintere schon fast tot ist. Fassbar. Unfassbar. Ja, zack. Na ja, hol' mal ab. Die kleinen Tricky Hunter. Oh mein Gott. Noch vorbei. Oh mein Gott. 36. 30. Paxi im Kopf. Äh, äh, äh. Paxi im Kopf. Paxi im Kopf. Oh mein Gott. Komm schon. Alter Schwede. Ist das nicht wirklich passiert? Ah, Ambrose ist tot. Boah. Boah. Endlich. Hör mal hart. Ja. Das ist ein Nervensägen, diese blöden Eulen. Nervensägen. Der absolute Hammer. Hör mal hart. Und ich kann hier nichts machen in der scheiß Keilerhöhle. Nichts. 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 Gar nichts außer Farmen. Gibt kein Boss. Gibt kein Riesenkeiler. Gar nichts. Ist hier am Kopf, ehrlich. Nein, es geht nicht schnell wegen dem Feger. Was? Ist nur einer. Komm, ich mach's mal. Ne, bringt doch nichts. Hätte ja sein können. Ne. Ja, ok. Ui! Oh mein Gott, Linde. Muss einer nur kurz den Bruch einbekommen, danach macht die kurz im Prozess. Therion, das ist auch Level 20 jetzt. Aber trotzdem, da unten war nur eine scheiß Kiste. Das war's. Ansonsten ist hier nichts. Nichts. Gar nichts. Wofür ist diese Höhle da, wenn man hier nichts machen kann? Ich kann ein Ding jetzt zurückbringen und ihm das Item geben. Könnte ich darüber versuchen, dass ich dann das Problem löse. Aber trotzdem. Das ist so ekelhaft dreckig. Das ist aber eine Frechheit. So. Muss hier sowieso pro... Wer ist das? Verführen. Ja. Hammerhart, ey. Wirklich. Koscher, sag mir die Wahrheit, würdest du gerne ein bisschen Zeit mit mir verbringen? Bitte verrate mir das Geheimnis zu eurer Schönheit. Komm, gib mir deine Hand. Oh Gott. So. Mein Mann, der mir einen Kurskeil erlegt hat. Nicht, dass ich das als... Erstmal gucke ich, ob ich den beklauen kann. Aha. Aha. Haben wir fast vergessen. Hm. Stehle, Pozien. Wir tun hier gar nichts. Was ist ihm das blöde Ding jetzt geben? Weil ich mir ein bisschen, wenn man abhaut, habe ich dieses Scheiß-Item her. Ja, witzig. Lebe ich ihn erkundigt, habe ich ihm gegeben. Fertig. Ich habe erst gedacht, ich muss mit ihm in die Keilerhöhle. Aber das... Das macht mich fertig. Ich habe mir umsonst die ganze Saison in den Kopf gemacht. Hallo. Oder ich muss mit ihm jetzt losmaschieren. Das kann natürlich auch sein. Was ist los? Das ist also der große Keiler, hm? Ein faszinierendes Tier, keine Frage. Wartet, wenn ich meinen Hirn einschalte und mich kundig mache, kann ich vielleicht selbst einjagen. Du musst deine Beute kennen. Das leuchert mir ein, was die Alten mit diesem Geschwafel meinen. Danke, dass ihr mir die Augen dafür geöffnet habt. Ich habe einen Keiler erlegt und das Ritual vollzogen. Mein Dank gebührt euch. Jetzt bin ich ein waschechter Jäger und ich hoffe auch ein guter. Dieser ganze Scheiß, warum sonst? Diese ganze Kopfmacherei, dieses Kopfschmerzen und drumherum. Und ich finde nicht mal eine Elite. Ich finde nur ab und zu mal drei Keiler zum Kämpfen. Dann ein Keiler mit irgendwelchen anderen Viechern zusammen. Diese scheiß Raupenwürmer, also diese scheiß Insekten. Die verkackten Eulen. Und sonst diese Murmeltiere. Und diese Waldfüchse. Und ich glaube, da gab es noch ein Vieh. Ist aber auch egal. Ich habe mich da durchgekämpft im Endeffekt. Ich habe ein paar Kisten gefunden. Vier oder fünf Stück. Das war's. Dafür gibt es ein Dungeon. Nicht mal ein Keiler, der am Ende war auf mich. Keine Königseber oder sowas. Was weiß ich. Wilde Sau. Saukönig. Königin. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ja. Also dafür, dass seit ein paar Tagen ein neuer Teil raus ist. Hätten sie bis zu diesem Tag wenigstens mal was dran arbeiten können. Irgendwas dran machen. Weil das ist eine Frechheit. Noch nicht mal eine Kiste am Ende. Noch nicht mal eine Kiste. Das ist doch eine Frechheit. Ich höre auf. War es für heute. Das macht mich fertig. Ich habe gedacht, wir haben uns doch richtig. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Nee. Als nächstes heute Abend gehen wir ins Sons of Forest rein. Dr. Boss Traveller 2. Aber so machen wir jetzt hier nicht weiter. Habe ich gar keinen Bock. Ich bringe die Dame noch zu meinem Mann. Und dann war es das auch. Dann war es das auch. Boah. Ich bin einfach schockiert. Ich bin so schockiert. Wie kann man jemanden so gar nicht machen? Und dann... Habe ich es? Jetzt wird es so eine alte oder irgendeinen alten Typ. So ein Stecher, die ihr da im Club klar machen. Nimmt dich sie oder er mit nach Hause. Du kommst einfach nicht zum Schuss. Lächerlich.